Guten Tag Herr Rexford, schön, dass Sie in der stressigen Zeit kurz vor der Kommunalwahl Zeit haben, noch für ein Interview. Am 13. September stehen die Kommunalwahlen an. Sie haben sich dazu entschieden, erneut in Schermbeck als Bürgermeister anzutreten. Warum? Ich habe vor sechs Jahren gesagt, dass wenn man das Amt des Bürgermeisters begleiten will, man ja auch eine Vision haben muss und sollte vor allen Dingen. Und ich habe mir damals natürlich Gedanken gemacht, wie eine Gemeinde nach zehn Jahren Bürgermeister Mark Rexford aussehen kann. Von daher, wir sind noch nicht am Ende. Wir haben schon eine ganze Menge tolle Projekte umgesetzt und wie gesagt, einige stehen noch bevor und die möchte ich auch gerne abschließen. Es gibt unterschiedliche Projekte wie das Leerschwimmbecken, Schaffung von Wohnraum, das alles aufzuzählen wäre zu viel. Und vor allen Dingen habe ich noch unglaublich viel Spaß an diesem Beruf und ich brenne auch dafür. Und vor allen Dingen habe ich den Rückhalt meiner Familie, was absolut wichtig ist, um eine Entscheidung zu treffen, nochmal anzutreten. Schauen wir doch mal auf die jüngsten Ereignisse in der Gemeinde, also Blick auf die Corona-Krise. Die Gemeinde hat ja auch in den letzten Monaten dadurch einiges gelernt. Falls es wieder zu einer neuen Welle kommen würde, was würden Sie verändern? Haben Sie auch aus Fehlern gelernt? Nehmen wir mal zwei Ebenen. Ich glaube, die Organisation des Ganzen und die Gespräche mit den Trägern, die betroffen sind, viele Kindergärten, Schulen, die haben unglaublich gut funktioniert. Wir hatten einen sehr guten Krisenstab, der hier täglich nachts, Samstag, Sonntag gearbeitet hat. Von daher, glaube ich, muss man da nicht viel optimieren. Aber die Ergebnisse von Corona und vor allen Dingen die Auswirkungen auf gewisse Bereiche muss man natürlich nochmal kritisch hinterfragen. Und wir sehen bei zunehmender Schließungsdauer der Schulen, dass wir da Probleme haben. Wir müssen im Rahmen der Digitalisierung deutlich weiterkommen. Und vor allen Dingen, wenn die Kinder auch nicht in den Kindergarten gehen können und beschult werden können, müssen wir Angebote für Eltern schaffen, um die sich durch die Isolierung entstehenden Probleme abzufedern. Und vor allen Dingen haben wir viele ältere Menschen, die Angst haben, auf die Straße zu gehen. Wir haben durch ehrenamtliches Engagement sicherlich dazu beigetragen, dem einen oder anderen zu helfen. Aber wir bereiten gerade hier ein zweites Krisenmanagement für eine mögliche zweite Welle vor. Und das ist für uns auch ganz wichtig, das Thema, wie geht man mit verunsicherten Menschen um, eine Anlaufstelle zu haben, um da Hilfestellung zu bieten. Also von daher werden wir da sicherlich nochmal nachlegen müssen. Werfen wir mal einen Blick zurück auf 2014. Hat sich die Gemeinde Schermbeck in dieser Zeit stark verändert? Wenn ja, welche Vorschläge würden Sie machen, um hier weitere Fortschritte zu erzielen? Wo müsste vor allem an einem Strang gezogen werden? Ja, gucken Sie mal wirklich sechs Jahre zurück, was passiert ist. Wir haben Glasfaserausbau jetzt in den Außenbereichen. Wir haben riesen Fördermaßnahmen wie das Abramhaus, Umbau Altes Rathaus zum soziokulturellen Zentrum. Hier sind Millionen an Geldern reingeflossen. Das Spiel- und Währungsraumkonzept, die Aufwertung von fast 20 Spielplätzen und der Räume. Dahin ist es passiert. Also wir haben, ich glaube, was die Infrastruktur angeht, unglaublich viel getan. Und da geht es weiter. Die Mittelstraße ist natürlich auch ein Riesenprojekt in den nächsten fünf Jahren. Die Förderung des Ehrenamtes der Vereine. Also von daher steht eine ganze Menge noch vor uns. Aber die Gemeinde hat sich, glaube ich, schon unglaublich stark verändert. Und jetzt die Realisierung der Baugebiete, Gewerbegebiete, eine ganze Menge Arbeit gekostet. Vorarbeit sind aber Sachen, die wir jetzt dann die Erfolge erst mal ernten werden. Und ja, wenn Sie mich fragen, Blick auf die Zukunft, werden wir sicherlich solche Themen wie Klimaschutz, Mobilität erst mal anpacken müssen. Wir haben gute Ideen zusammen mit dem Bürgermeister Dorsten und Raesfeld. Wollen wir einen zentralen Radweg an der 224 erst mal bauen. Ist sowohl touristisch als auch für die Mobilität unglaublich interessant. Wir planen, wie gesagt, das Lehrschwimmbecken am Hallenbad, die Digitalisierung der Schulen, Neubau einer Schule. Vielleicht jetzt auch nochmal ein Thema. Ist auf unserer Agenda. Also von daher ist sicherlich noch Luft nach oben. Luft nach oben ist zwar noch, aber wenn Sie sagen, wenn wir mal zum Beispiel jetzt, um Auswärtige hier nach Schermbeck zu locken, womit würden Sie die Menschen versuchen, hier nach Schermbeck zu ziehen? Mit welchen Argumenten? Also im Moment haben wir gar keinen Wohnraum und warten sehnsüchtig auf die neuen Baugebiete am Spechhaut und Borgskam. Wir haben knapp 100 Wohneinheiten und sicherlich sind wir bemüht, uns zu verjüngen und haben attraktive Preise. Ist mal dort für den Verkauf geschaffen. Und ja, was zeichnet uns aus? Wir haben eine hervorragende Schullandschaft. Wir haben eine Top-Gesamtschule. Wir werden eine deutliche Verbesserung in der Grundschulsituation bekommen. Wir haben ein unglaublich breites Vereinswesen und vor allen Dingen Ehrenamt, wo jeder, glaube ich, mit unterschiedlichsten Interessen seine Heimat finden kann. Wir haben eine sehr gute Sozialinfrastruktur, also die besten Voraussetzungen letztendlich mit wenig Brennpunkten. Und eigentlich ist Schermbeck ein sehr guter Ort, um seine Kinder sicher aufwachsen zu sehen. Da haben Sie ja jetzt gerade schon die Schule angesprochen. Ich meine, eine Besonderheit in Schermbeck ist ja die weiterführende Schule, also die Gesamtschule, wo jeder auch sein Abitur machen kann. Für so eine kleine Gemeinde schon eine Besonderheit. Aber um überhaupt die Grundschulsituation zu verbessern, sprich eine Lösung zu finden, welchen Beitrag würden Sie dazu leisten? Also der Rat hat im letzten Jahr ja beschlossen, die räumliche Zusammenlegung der beiden Grundschulen und jetzt auch einen eigentlich überwiegenden Neubau und auch den Neubau des offenen Ganztags, einer Mensa und einer neuen Zweifachsporthalle wirklich nur auf die Grundschulsituation bezogen. Dann natürlich mit der Lösung auch der Digitalisierungsfrage. Also von daher, der Beschluss ist da. Wir sind bereit, dort bis zu 13 Millionen Euro auch zu investieren. Was uns im Moment hemmt, ist noch ein Klageverfahren, was zum Ziel hat, beide Grundschulen zu erhalten. Also solange dieses Verfahren läuft, geht überhaupt nichts. Wir hatten versucht und die Hoffnung auch, dass die Initiatoren jetzt endlich nach diesem Ratsbürgerentscheid, der sich für einen Schulstandort für diesen Neubau ausgesprochen hat, dass man dort dann Vernunft zeigt, um endlich auch den Lehrern und den Eltern ein klares Signal zu geben, weitermachen zu dürfen. Das hat man bisher ausgeschlossen. Also von daher sind uns im Moment die Hände gebunden. Aber ich bin positiv gestimmt, dass diese Maßnahme dann in naher Zukunft jetzt auch umgesetzt werden kann, weil das ist für unsere Infrastruktur unglaublich wichtig. Das Ganze hat ja jetzt auch den Bau verzögert. Um wie viele Jahre oder Monate? Was glauben Sie? Also wir haben auf jeden Fall durch diese beiden Verfahren jetzt ein Jahr verloren. Und abhängig davon, wann über die anhängige Klage geurteilt wird und was dann die Kläger, wenn sie verlieren sollten, ob sie noch in der Instanz weitergehen, glaube ich, dass wir mindestens noch mindestens ein halbes Jahr auf die Entscheidung beim zuständigen Gericht warten müssen. Und wenn es noch in der Instanz weitergeht, also reden wir sicherlich noch mal über ein Jahr. Und das wäre natürlich für die Eltern und vor allem die Lehrerschaft eine Katastrophe. Gehen wir mal weiter zu den Planungen, die gerade anstehen. Zukunft Mittelstraße. Wie stellen Sie sich die umgebaute Mittelstraße vor? Wird sich im Wesentlichen Ihrer Meinung nach hier was ändern? Also das Ziel ist ja eine deutliche Attraktivitätssteigerung der Mittelstraße. Und wenn man sich umhört in der Bevölkerung, möchte man, wie gesagt, mal in Ruhe einkaufen, flanieren, auch mal ein Bier trinken, auch mal was essen. Und wir sind gezwungen, weil wir die Kanäle ändern müssen, die Oberfläche aufzumachen. Also von daher wird es zu einer Umgestaltung kommen und zu einer Aufwertung vielleicht einen Wochenmarkt mal reinbringen. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, wie verträglich auch für die Anwohner, die natürlich um die Mittelstraße wohnen, die Angst davor haben, die Straße zu schließen, weil der Verkehr natürlich abfließen muss. Und die perfekte Lösung ist im Moment da nun mal nicht in Sicht. Und das wird das spannende Thema werden. Aber wenn man mich fragt, wie ich mir sowas vorstellen könnte, wäre vielleicht von Freitagmittag beispielsweise bis Sonntagabend temporär zu schließen. Da ist dieser normale Berufsverkehr nicht drauf. Na klar, muss der Verkehr dann abfließen, aber in einer anderen Menge. Vielleicht dann auch ist man durch die Wohngebiete. Und vielleicht ist das ein Kompromiss, den auch die Anlieger, wenn man denn eine ordentliche Verkehrsführung und Umleitungsbeschilderung macht, akzeptieren könnte und der Ort dann noch attraktiver wird. Wir sprachen jetzt gerade von der Mittelstraße, aber ein langes Projekt ist ja auch Idunahal. Das könnte Schermbeck ziemlich weit voranbringen, wenn das mal endlich klappt. Wie steht es denn da drum? Also sechs Hektar Gewerbefläche, die auf uns warten oder auf Unternehmen warten. Und die Verzögerung ist einfach damit zu erklären, dass die Investoren auch die Gebäude mitverkaufen wollten, was schwierig ist, weil geeigneter Bedarf nicht da ist. Und wir wollen keine großen Logistiker, die keine Arbeitsplätze schaffen und dann auch wirklich für uns nicht so wertvoll sind. Wir wollen kleinteiligeren Mittelstand haben. Die Gespräche sind abgeschlossen. Wir haben ja mit unserem Fördergeber gesprochen, dass wir den Abriss und die innere Erschließung mit bis zu 90 Prozent gefördert bekommen. Dazu ist es notwendig, dass wir nicht Eigentümer des Ganzen werden, sondern die Verfügungsgewalt haben. Darüber haben wir mit den beiden Eigentümern diskutiert und gesprochen. Die Verträge sind soweit fertig und kurz vor der Unterzeichnung. Und dann geht das Ganze zur Prüfung zum Ministerium, in der Hoffnung, dass man uns dann die Investitionskosten dann auch zur Verfügung stellt, um abzureißen und die innere Schließung aufzubauen. Und dann haben wir mit sechs Hektar natürlich unglaublich viel Fläche, entsprechende Nachfragen, die wir hier haben und im Moment nicht bedienen können, auch befriedigen zu können. Da sind wir ja eigentlich schon bei der nächsten Frage, wo Sie schon sagten, was da jetzt alles entstehen soll. Sind das zum Beispiel Projekte, die Sie gerne umsetzen oder weiter verstärken möchten, falls Sie wieder Bürgermeister werden sollten? Also Idunahal definitiv, auch Hufenkamp 2, was gerade in der Planung ist. Da liegen auch knapp dreieinhalb Hektar Netto-Gewerbefläche dann. Und wir haben unglaublich viele Anfragen. Und natürlich bringen die Arbeitsplätze Steuereinnahmen. Und von daher ja. Aber es gibt natürlich noch andere Projekte, wie der zentrale Busbahnhof, ist vielleicht ein bisschen zu überzogen. Aber eine zweite ist mal Einstiegsbahn mit weiteren Mobilstationen für Fahrräder, eine öffentliche Toilette. Das sind natürlich schon wichtige Dinge. Die Digitalisierung des Außenbereiches, Glasfaser ist für mich unglaublich wichtig. Und noch weitere Projekte, die anstehen. Also von daher ist es noch genügend Arbeit und Luft nach oben. Aber ich habe schon viele Ideen. Viele Ideen sind gut. Richten wir den Blick doch mal nach der Kommunalwahl. Die Demokratie lebt bekanntlich von einer demokratischen Gesprächskultur. Ist diese noch in Schermbeck gegeben oder wird sie auch nach der Kommunalwahl gegeben sein? Wie sehen Sie das? Also ich bin jetzt sechseinhalb Jahre Bürgermeister und fast 30 Jahre im Amt. Und man muss schon feststellen, dass der Respekt, der gegenseitige Respekt doch schon gelitten hat. Und die Töne schärfer werden. Und viel hat auch damit zu tun, sich über Demokratie zu unterhalten. Und wir wissen, dass wir Strömungen in unserem Land haben, die nicht unbedingt dazu geeignet sind, die Demokratie weiter die Fahne hochzuhalten. Und dass es da Widerstand gibt, das kann ich verstehen. Allerdings muss man immer auch schauen, dass man gewisse Grenzen nicht überschreitet. Und in den letzten Wochen, glaube ich, sind von allen Seiten gewisse Grenzen überschritten worden. Und ich finde, als Politiker haben wir eine Aufgabe, nämlich uns für das Wohl der Gemeinde einzusetzen und eine ordentliche Streit- und Diskussionskultur an den Tag zu legen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das nicht nur erhalten, sondern wieder verbessern. Und wir wissen nicht genau, wie die Kommunalwahl ausgeht. Aber alle müssen sich nachher an einen Tisch setzen und schauen, was ist in der Vergangenheit vielleicht auch nicht optimal gelaufen. Was hat beispielsweise dazu geführt, dass wir diese interfraktionellen Gespräche mit den Parteispitzen aufgegeben haben. Und das ist keine gute Entscheidung. Und ich würde mir wünschen, dass die dann Verantwortlichen einen ordentlichen gemeinsamen Weg finden, dass wir dann im Sinne von Schermack auch gemeinsam am Tisch diskutieren und ordentliche Mehrheiten finden. Jetzt haben wir noch ein unbeliebtes Thema, und zwar Thema Wolf. Dem Wolf wurde in Schermbeck Platz eingeräumt. Soll er diesen Ihrer Meinung nach behalten? Wie könnte von Seiten der Politik überhaupt den Schafhaltern geholfen werden? Was meinen Sie? Also der Wolf ist gekommen. Wir haben Platz eingeräumt. Das ist schwierig, weil der Gesetzgeber, also sprich ein europäisches Recht, schützt den Wolf. Und da, wo er sich aufhält und niederlässt, da ist er erst mal zu dulden. Es sei denn, unter ganz, ganz engen Voraussetzungen ist man verhält, dass er sich so, dass man darüber nachdenken muss, ihn zu entnehmen. Jetzt leben wir schon knapp zwei Jahre mit dem Wolf. Und gerade in den letzten Tagen sind wieder unglaublich viele Übergriffe zu verzeichnen. Und die Herdenbesitzer, vornehmlich Schaf- und Dammwildherden, die Besitzer haben alles getan, was der Gesetzgeber fordert. Aber trotzdem ist unser Wolf, und überraschend ist, dass eine DNA aktuell festgestellt wird und nur ein Wolf für diese Risse verantwortlich ist, wobei mehrere hier sein sollen. Dann darf man sich schon die Frage stellen, wenn alle Schutzmaßnahmen nicht greifen. Und vor allen Dingen auch das Gesamtbild des Wolfes, und wenn man sich auch mit den Herdenhaltern unterhält, man hat ja grundsätzlich nichts gegen den Wolf in der Region, sondern gegen den Wolf, der letztendlich alle Schutzmaßnahmen, die der Gesetzgeber vorgibt, überwindet. Dann muss man darüber nachdenken, dass jetzt der Zeitpunkt auch erreicht ist, ihn zu entnehmen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Entnehmen bedeutet auf der einen Seite töten, auf der anderen Seite, ihn tatsächlich zu fangen und auszusetzen. Ja, klar, wenn er ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, ist es wahrscheinlich, dass es in den anderen Regionen auch an den Tag liegt. Aber man könnte eventuell, um dort Naturschutz auch noch gerecht zu werden, das versuchen und eventuell dann in einer anderen Region überlegen, wenn er sich wieder entsprechend verhält, dann tatsächlich weitere Schritte zu machen. Aber ich glaube, unser Ministerium tut gut daran, nun endlich zu erkennen, dass nach zwei Jahren ständiger Übergriffe und schutzlosen Maßnahmen jetzt der Zeitpunkt erreicht ist, um eine finale Entscheidung zu treffen. Da haben wir jetzt etliche Fragen, trotz Wespe. Deshalb wackeln wir hier gerade so rumgearbeitet, Herr Rexford. Und ich denke, jetzt kommen wir zum Letzten, ohne Wespe. Sie können jetzt noch mal ein Statement an Ihre Wähler abgeben, warum man Sie als Bürgermeister erneut wählen soll. Liebe Schermäckerinnen und Schermäcker, wichtig ist, die Kommunalwahl ist eine Persönlichkeitswahl und nicht unbedingt abhängig davon, was man im Land und im Bund wählt. Man sollte schon ganz genau hinschauen, wem man letztendlich das Vertrauen schenkt. Und jetzt auf mich bezogen, es war mir eine ausgesprochene Ehre, in den letzten sechseinhalb Jahren Bürgermeister der Gemeinde Schermäck sein zu dürfen, auf so viele tolle Menschen, Vereine zu treffen, die mich unglaublich unterstützt haben und mir gezeigt haben, wie liebens- und lebenswert diese Gemeinde ist und wie facettenreich. Und ich würde mich freuen, auch weiter Ihr Bürgermeister sein zu dürfen, denn ich glaube schon, dass ich eine sehr, sehr gute Ausbildung habe und in den letzten sechseinhalb Jahren bewiesen habe, dass ich aus Großprojekten umsetzen kann. Und vor allen Dingen haben wir zwei große Krisen gehabt, das darf man nicht vergessen, die Flüchtlingskrise und auch die Corona-Pandemie. Und wichtig ist, dass solche Zeiten auch von einem dann guten, erfahrenen Krisenmanager auch bewältigt werden können. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Und alles zusammen, glaube ich, rundet das Bild ab. Und ich bin auf der anderen Seite natürlich auch ein offen und ehrlicher Mensch, der auf die Menschen zugeht. Und vor allen Dingen liebe ich meine Gemeinde und brenne für diese Gemeinde und habe noch die Energie, tatsächlich auch für weitere fünf Jahre für Sie arbeiten zu dürfen. Und es würde mich unglaublich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen am 13.09. schenken würden.